So, vor gar nicht so langer Zeit kam Strixhaven raus. Gefühlt ist es aber auch schon 2 Millionen Jahre her. Und ja, in Strixhaven gab es Z-Booster und Blackie mag Z-Booster. Deswegen machen wir Z-Booster von Strixhaven heute mal auf. In Deutsch. Weil Deutsch, das wurde sich ja mir persönlich übergeäußert. Es würde ganz cool sein, wenn wir mehr deutsche Karten nennen. Uh, das Artwork ist der Hammer. Oh mein Gott. Wow. Das ist wirklich cool. Dann haben wir eine Ebene. Hier mit der Statue. Auch nicht schlecht. Geisterbeschwörung. 3-Mana-Lektion. Uh, Lektionen. Stimmt, hier waren auch Lektionen drin. Und wir kriegen einen 3-2-roten-weißen Geist-Kreaturen-Spielschein. Für 3-Mana und 3-2er zu bekommen, den man aus dem Sideboard bekommen kann, weil man Lektionen im Sideboard haben kann. Warum nicht Blütenwelk-Schwurmagier. 5-Mana, 5-5 mit Magie fertig. Magecraft. Das ist Magecraft. Immer wenn ein Spendanzauber in der X-Rei gespielt wird oder kopiert wird, erhalten wir einen Lebenspunkt dazu. Nice. Essenzfusion. 2-Mana-Exterei. Wir legen 2-1-2-1-Marken auf eine Kreatur und die halt Lebensverknüpfung bis zum Ende so ist. Musterschüler. Oh mein Gott. Was ein Musterschüler. Das ist bestimmt ein Silverquill. 1-Mana-1-1. Wenn ein Spiel kommt, legt er eine Plus-1-1-Marke. Ach ne, der kommt mit einer Plus-1-1-Marke ins Spiel. Der ist 0-0. So ist es richtig. Und wenn er stirbt, legen wir seine Marke auf eine Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren. Wir geben also den Musterschüler weiter. Anregende Vortragskunst. 4-Mana-Exterei. Wir legen 2-1-1-Marke auf eine Kreatur. Und andere Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen Plus-1-1-1-Sug. Leitende Stimme. Ach, wir haben so ein richtig schönes Silverquill-Booster. 1-Mana-Exterei. Wir legen eine Plus-1-1-Marke auf eine Kreatur und lernen dann eine Lektion, wie zum Beispiel hier diese rot-weißen Spirits zu machen. Sehr cool. Dann haben wir tödliches Gebräu. Wie wir auch immer von dieser Karte auf diese Karte kommen. 2-Mana-Exterei. Jeder Spieler opfert eine Kreatur oder einen Planeswalker. Falls wir dies tun, äh, was? Was? Falls wir auf diese Weise eine bleibende Karte geopfert haben, können wir eine andere bleibende Karte aus dem Viertel auf die Hand zurücknehmen. Okay, whatever. Dann haben wir dramatisches Finale. Cool. 4-Mana, davon 4-Schwarz-Weiß-Hybrid-Mana im Endeffekt. Kreaturen-Spielsteine, die wir kontrollieren, erhalten Plus-1-1. Yes! Endlich! Und immer wenn ein oder mehrere Nicht-Spielstein-Kreaturen das Spiel verlassen, beziehungsweise die sogar sterben müssen, leider, erzeugen wir einen 2-1-Weiß-Schwarzen Tintling. Diese Fähigkeit können wir nur einmal pro Zug auswählen, aber wir kriegen halt jede Runde, wenn was stirbt, einen 2-1-Tintling, der natürlich noch 3-2 ist. Hammer! Und wir haben noch eine Rare. Strahlende Schriftenträgerin. 4-Mana, 2-4-Spontanzauber und extra Reihen, die wir kontrollieren, haben Lifelink. Okay, das ist gut. Zu Beginn deines Versorgungssegments schicken wir eine per Zufall bestimmte Spontanzauber der extra Reihe aus dem Friedhof ins Exil und die können wir wirken. Falls wir auf diese Weise einen Zauberspruch gewählt haben, geht der ins Exil. Wow! Die ist hammergut! Warum wird die so wenig im Commander gespielt? Auch das Artwork hier mit der Spruchrolle und sie. Sehr cool. Warum wird die weniger so wenig im Commander gespielt? Neues Leben! 2-Mana. Wir bringen eine Karte unserer Wahl vom Friedhof zurück. Die Hand! Und wir haben eine Voll-Doppelband-Schamane. Auch hier mit den Schriftrollen. 3-Mana-1-2-Doppelschlag-Zwerg-Schamane. Und, oh mein Gott, wir haben eine Karte von der Liste. Vanguard of Brimas. 2-Mana-2-2 mit Wachsamkeit und Heroic. Wenn wir einen Zauber spielen, der ihn tagenden, kriegen wir einen 1-1-Katze mit Wachsamkeit. Sehr, sehr cool. Gerade weil die guten Silverquill ja auch immer ihre eigenen Kreaturen tagten wollen. Hammer. Hammer. Ich mag das. Ich mag das wirklich. Mark Zug. Der hat echt eine Menge von den Leoniden gemalt. Gut. Soviel dazu. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Neue Brexit. Ciao, ciao.